Ja hey, endlich 100 Abonnenten! Vielen lieben Dank dafür und wir legen gleich los in 3, 2, 1... Und damit herzlich Willkommen und Moin Moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem guten Ragnar. Ja, zur Feier der 100 Abonnenten habe ich da oben mal ein bisschen mein Interface gewandelt. Sprich, die Facecam hat einen Rahmen bekommen. Nix dickes, aber es passt irgendwie zu Satisfactory und da ihr hier so fleißig Abos und Views gespendet habt, habe ich gedacht, ist das doch ein ganz guter Ansatz, dann hast du auch entsprechend zu würdigen. So, ich habe nach der letzten Runde tatsächlich festgestellt, wir haben zu wenig Eisen. Wir haben viel zu wenig Eisen. Genau genommen haben wir, ich habe mir das mal hier aufgeschrieben, einen Moment, Sprachnachrichten, auch super. Auf der einen Lane haben wir tatsächlich 160 zu wenig und auf der anderen 15. 15 klingt ganz schön scheiße, um die zu wenig zu haben, aber das ist wurscht. Das heißt, wir brauchen Minimum noch zwei weitere Eisenminer und haben die tatsächlich auch hier. Also hier hatten wir vor meinem Spielstandscrash schon mal einen angeschlossen gehabt. Den habe ich jetzt gar nicht wieder ersetzt gehabt. Das holen wir jetzt einfach nach. Erstmal drehen wir die hier schön zurecht. Dann haben wir hier nämlich schon zwei, die können wir dann munter zusammenlaufen lassen. Zack, zack, zack. Und dann führen wir das da hinten zum Kupfer rüber. Ich glaube tatsächlich auch, wie führe ich das hier, führe ich das hier rum. Ja, hier ist so eine schöne Klippe. Die ist da zwar nicht, aber das ist egal. Dann bauen wir das hier schön mit Fundamente, mit diesen Glasfondamenten rüber. Einfach weil ich es gut finde. Zack, zack. Ich habe gar nicht so viel Beton mit sich gerade. Das hält sich ja in Grenzen. Ich glaube, ich habe eine Menge gerade dafür verbollert. Moment, das geht so nicht. Da kommen dann die hin. Also Glas in Dings reinbauen finde ich einfach affig. So, dann kommt man hier sauber drunter durch. Ich könnte das auch gleich ran führen. Aber das ist jetzt glaube ich erstmal noch Wurst. Und dann führen wir das einfach hier hoch. Könnte auch so eine Brücke rüber bauen, oder? Weil es cool ist, machen wir es. Weil es cool ist, machen wir es. Dass wir hier mehr Struktur rein kriegen. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommt man sauber drunter durch. Ach, herrlich. Das ist ja die Wucht hier. Und dann machen wir dann so einen tiefen Rand. Und dann ist das irgendwie schon fast cool. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt so mache? Ich will da drauf bauen. Komm, Spiel. Nervt mich nicht. Drauf? Ja, genau so. Ach, komm. Ne, das ist scheiße. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Egal. Ist jetzt mal so. Das ist einfach erstmal so. So, dann müssen wir den ganzen Fuddel hier mal wegnehmen. Der hat hier nichts zu suchen. Geht mir nur auf den Zünder. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Splitter hin. Ach, Quatsch. Ein Fusionator hat kein Splitter. So. Der spuckt in die Richtung aus. Ne, der muss ein Stückchen nach hinten. Hier muss er hin. Damit das sauber zulaufen kann. Und. So. Und dann müsste das passen. Sehr schön. Kann hier von mir aus auch ebenerdig langlaufen. Das ist überhaupt nicht das Ding. So. Die ist sauber umgezogen. Und dann hier ran. Zack. Jetzt ist das gerade. So. 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 Ich bin mir gerade. Ich bin mir gerade. Ne. Das ist natürlich nicht gerade. Na gut. Dann den Teil nochmal weg. Ein Beide nach hinten. Da hin bitte. Und dann läuft es gerade. Sehr schön. So. Holen wir gleich Strom ran. Das ist ja auch nicht das Ding. Hm. Wie will ich denn das haben? Eigentlich wäre hier rüber ja so nicht. Du stehst da. Leicht versetzt. Dann machen wir das hier auch. So. Von da aus. Da ran. Dann gehen wir aber rüber. Zack. Dann haben die beiden auch Strömung. Und können gleich loslegen. Hm. So passt's. Ja. Sauber. Und dann können wir hier auch schon. Die guten Dinge hinsetzen. Zack. Na. Kommen wir soweit. Ja. Sauber. Hier nach oben. Und dann passt dies. Dann. Hier ein hin. Da ein ran. Ach komm. Das ist zur Zeit echt frickelig. Zack. Und dann bitte da hoch. Tü 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 tü. Ja. War das zu flach? Ein bisschen. Ein bisschen zu flach. Aber was soll's. So. So passt besser, ne? Hm. Mh. 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 Da kann ich natürlich nicht mehr weiter drüber. Das heißt, ich muss auch noch daneben gehen. Das ist ja ätzend. Weil ich hier so wieder eng auf eng gebaut habe. Der Müller lernt auch nicht dazu, ey. Scheißtyp. Kann noch nicht angehen. So. Hier hin. Wie mache ich das? Ich weiß das auch noch nicht. So, hier muss auf jeden Fall irgendwie ein Fusionator mit ran. So, auf der zweiten Eisenlane. Oh, ich muss mich echt wieder orientieren. Da läuft Eisen. Dritte Lane ist auch Eisen. Gut, dann muss auf die zweite mehr Eisen. Zack. Fusionator. Genau. Passt natürlich nicht. Ehrlich. Machen wir anders. Gucken, dass das passt. Da hin bitte weg. Und weg damit. Und dann passt das auch. Na. Wieso geht das nicht? Wieso willst du das andersrum machen? Du. Och, komm. Ey, dass der sich beim Bau dreht. Das ist so scheiße. Warum macht der das? Also, ich sehe halt keinen Sinn, warum das so sein muss. So. Jetzt passt's. Zack. Zack. Da drunter machen wir einen Mast für die Optik. Zack. Und dann geil hat's schon. So, müssen wir den hier nur noch irgendwie rüber, drunter, was auch immer kriegen. Hm. Hm, hm, hm. Hm, der Müller baut zu eng. Na. Sehr schön, das haben wir. Wir müssen hier einfach einmal zwei bauen, ne? Hilft ja nix. Müssen wir sowieso. Wir müssen ja da hoch. Ha. Ach, manchmal, manchmal ergeben sich so Sachen einfach, ne? So. Den da hin, den da hin. Ach, Quatsch. Zwei. Zack. Und dann können wir da doch schon sauber ran. Haben da dann 120 mehr. Und damit bin ich... Bin ich damit zufrieden? Eigentlich nicht. Eigentlich fehlen da immer noch... Na. 40. Das heißt ziemlich genau ein Miner. Also, das heißt ziemlich genau. Schon noch weit von ab, aber... Ein Miner. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Wir gucken mal. Ich mein, wäre ja herrlich. Ping. Ja, gut. 80. 381. Das sind die alle. Nö. Dann lebe ich vorerst damit, glaube ich. Denn ich will jetzt einfach endlich mein beschissenes Lager anfangen. Weil es mir nämlich echt auf die Ketten geht. Hier ständig von einer Produktionslinie zur anderen Produktionslinie zu laufen. Und da meine Sachen wieder einzusammeln. Das geht mir so arg auf die Ketten. Dass ich das jetzt ändere. Und wir haben die Grundlage mit dem Tunnel eh schon gelegt, das zu ändern. Oh. Alles bekannt. So ein Scheiß. Was ist eigentlich mit denen? Habe ich die schon angeschlossen? Ich bin ein Idiot, glaube ich. Ich habe die noch gar nicht angeschlossen. Das ist ja die Wucht. Dann haben wir ja genug da. Na, easy peasy. Wie gut ist das denn? So schnell lösen sich hier Probleme. Zack. Zack. Geht das? Nein. Zu nah dran. Doof. Ich will hier eigentlich... Muss das anders gelöst werden. So. Fusionator. Ich muss auch in die Hinterraum noch ran. Ach, scheiße. Da ist ein Speed, der... Der passt mir ja da gar nicht in den Kram. Ich nehme da ab, um da wieder raufzupacken. Das ist doch auch scheiße. Wie regel ich das denn? Ich meine, wenn wir hier jetzt eh schon Dings haben, dann kann ich das hier auch gleich eigentlich machen. So, da ist der Splitter. Ja, kommt dann halt hier... Diffusionator. Zack. Und der läuft dann hier unten gleich wieder rüber. Äh, gleich wieder hoch. Damit er hier gar nicht groß im Weg ist. Hm, reicht das? Ne. So müsste gehen. Mal drehen, bitte. Jo, machen wir den. Ja, so sollte passen. Zack. Das reisen wir nochmal weg. Und dann... Komm mal her. So, würde ich... Hm... Wie nah kommen wir hier rüber? Oh, ja, schön. So gefällt mir das. Muss ich da nicht direkt dran? Na, das reicht, glaube ich, nicht, ne? Dann wird's schief. Wird's dann schief oder passt das? Oh, nee. Ist genau die richtige Höhe. Sehr schön. Trotzdem musst du mir nochmal weg. Tut mir leid. Geht das wieder los, ey? Ach, komm. Na, nochmal falsche Höhe. Nein. Ach, nee. Ist doch schief. Leicht schief. Schade. Schade, schade, schade. Gut, dann musst du hier nochmal weg. So leid es mir tut. Du musst einen nach vorne. So. Ich hoffe, dann passt's. Na, komm. Also, ich hab immer das Gefühl, die Blaupause ist von der Höhe her ein bisschen versetzt. So ist schön. Herrlich. So. Dann hat die zweite Lane genug. Und ich seh grad, ich hätt's nicht da reinschmeißen sollen. Hab's jetzt da vorne danach angebracht. Danach. Und da wird auch direkt abgenommen. Nee. Wer wird denn hier zuerst abgenommen? Zuerst da. Das ist aber die dritte Lane. Egal. So passt das. Ne, weil hier hinten wird wesentlich mehr abgenommen. So. Das sehe ich jetzt. Das sind verschiedene Eisenlängs. Wo kommt denn das alles her? Wo zur Hölle hole ich das ganze Eisen her? Ich weiß es doch auch nicht. Egal. Hiermit füllen wir jetzt... ...die zweite, weil die Tenne... Steht die? Die steht. Warum steht die? Was soll das denn? Dann kann ich euch gleich zeigen, was ich hier noch gemacht habe. Ähm. Warum steht hier? Du produzierst. Das ist gut. Du auch. Und du hoffentlich auch. Ja. Der ist auch fleißig. Schön, schön. Du bist... ...auch fleißig. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier nach oben. Denn ich habe hier einen Weg rangebaut. Hey, ich komme relativ fix nach oben. Und es ist schon wieder Stoppfenster. So. Dann habe ich ja hier alles fertig geknüttelt. Habe ich ja gesagt. Ich baue hier noch einmal Rotoren. Ne, und der hat... Hat der schon angefangen? Der hat auch schon angefangen. Sehr schön. Dann habe ich hier hinten einen kleinen Lift rangebaut. Beziehungsweise habe ich ihn nicht rangebaut. Ist auch schön. Baue hier noch einen kleinen Lift ran. Von oben nach unten. Das heißt, dass die Rotoren dann von unten hier hochgeliefert werden. Hier rüber laufen. In den Fusionator. Ne. Laufen hier zusammen. Die Produktion von dem. Die vier... Ja. Vier pro Minute. Werden einmal gesplittet. In zwei. Zwei gehen rüber. Zwei können irgendwann mal irgendwo hin ins Lager. Ne. Geht auch dann nach da oben. Und dann erstmal noch nirgendwo hin. Wieso gehen die nach da oben? Und wo gehen die hin? Hä? Habe ich keinen Anschluss dran. Ist auch schön. Naja, gut. Wurscht. Was habe ich hier gebaut? Meine Güte. Ich war... vielleicht ein bisschen dumm. So, Moment. Ah ja, jetzt habe ich es. Hier ist der Splitter. Dann geht es hier in den Fusionator. Und vom Fusionator geht es... Hier in den Manufaktor. Damit wir hier die Motoren anschmeißen können. Zack. Der kriegt dann seine zehn pro Minute. Und zehn Stadthorn sollte der nachher auch gleich kriegen. Soweit die hier anfangen zu produzieren. Warum tun die das noch nicht? Ich... Es gibt keinen vernünftigen Grund. Das heißt... Wir bringen die beiden auch gleich ans Rennen. Stimmt, das konnte ich beim letzten Mal wahrscheinlich nicht mehr machen. Weil die noch voll laufen mussten, ne? So. Dann haben wir ja mittlerweile hier die Mark 2 Dinge erforscht. Oh. Aber die tatsächlich nicht. Das wäre interessant. Muss ich die auch nochmal kaufen? Das wäre ja ätzend. Das wäre ja richtig ätzend. Ich habe nur Mark 2 Masten. Ach komm. So. Du kannst loslegen. Und... Du auch. So. Dann kriegen wir jetzt auch genug Stator. Nämlich zehn Stück. Und mit diesen zehn können wir dann hier unsere... Motoren bauen. Ist das nicht herrlich? Das ist doch der Wahnsinn. So. Dann kommt da jetzt noch eine Wandhalterung hin. Damit wir hier den auch ans Strom bringen können. So. Zack. 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 Und dann können wir da loslegen. Der kriegt allerdings noch nicht genug Rotoren, weil wir ja hier noch nicht dran sind. Was ich jetzt aber auch mal fix mache. Ist auch ein Kuddelmuddel hier. Meine Güte. So. Wie komme ich denn genau? Ich hatte mir hier eine Treppe hochgebaut. Was eigentlich überhaupt nichts bringt, weil ich eh da runter muss. Warum steht denn da ein Fördermast ins Nichts? Das ist ja auch geil. Oh. Das war aber Glück, dass ich da jetzt nicht weiter gedüst bin. Weil ich den hier rüberschicken musste. Und dann gestern wahrscheinlich keinen Bock mehr hatte. Und wieso ist denn da keine Wand? Hä? Was ist denn das für ein Tinnif? So. So. Und dann komme ich da wahrscheinlich nicht ran. Super gut. Das ist ja elendig scheiße. Oh. Das tut weh. Oh. Tut doch nicht weh. Oh. Nur wegen dem Gas. So. So. Die kriege ich jetzt natürlich nicht ineinander geschoben. Wie scheiße ist das denn? Oder läuft es trotzdem? Ne. Was ist, wenn ich es so mache? Und... So. Läuft dann was? Dann läuft bis dahin was hoch. Aber dann nicht weiter. Ach, das ist doch scheiße. Bin ich doch instant wieder genervt, dass mein Plan hier nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nochmal rüber. Und dann gucken wir hier nochmal durch. Ich mein, dran saß der, glaube ich, sauber. Na komm. Oh. Geht's nur einfach nicht weiter. Ist ja alles voll. Füllt er sich? Oh, das läuft sauber. Das ist ja schön. Das heißt, der stellt schon die ersten Motoren her. Feinie fein. Zack. Jo. Läuft nach. Herrlich. Schön, schön. So. Die Motoren kommen dann da raus. Laufen da hin. Dann nach da zusammen auf ein Band. Und dann stelle ich fest, dass ich zwei Ausgänge brauche. Na super. Ach nee, gar nicht. Dann habe ich ja hier oben tataratata den Plan, dass ich hier alles zusammenführen will. Alle produzierten Ressourcen, die irgendwie hier ankommen, aus allen Hallen, werden dann erstmal hier zusammengeführt. Ja, es gibt überall dann immer einen Eingang. Ja, was produzieren wir hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist... Auf jeden Fall irgendwas, das echt lange braucht. Na. Ach, das waren die Platinen, oder? Ich glaube, das waren die Platinen. Rödel, ja. Das waren die KI-Begrenzer, so hießen sie. So. Das kommt dann alles zusammen und in diesem einen großen Mittelgang, den ich hier irgendwo habe, hier habe ich ihn, führe ich das dann nach hinten in mein Lager. Irgendwie zumindest. Wie genau, wird sich jetzt gleich herausstellen, denn ich habe das noch nicht geplant und mache das jetzt einfach mit euch. Wie ihr seht, ich bin wie immer Spitze vorbereitet. Das einmal für den Bau, damit ich da hinkomme. Müsste ich eigentlich auch mal so einen Service-Eingang irgendwo hinsetzen, damit ich da regelmäßig hinkomme. So. Das heißt, passen die hier rein? Die passen hier sogar rein. So, und hier soll schon wieder der Ausgang sein. Die Frage ist, wo genau setze ich den Ausgang? Komm mal weg. Du näherst. Mache ich den so mittig oder fahre ich den an der Seite runter? Da ist relativ voll. Da würde ich dran vorbeikommen. Oder gehe ich noch weiter hier rüber. Wir gucken mal gerade. und lasse das hier tatsächlich rauslaufen. Gut. Macht das irgendwie Sinn? Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Obwohl ich dann hier eine Menge Ressourcen abgreifen könnte, ne? Also eine wirklich große Menge Ressourcen. hier so ein Zentralband landliegen. Könnte man auch erhöht bauen? Ja, ich glaube, das mache ich erstmal. Ich glaube, ich mache das so. Dann lasse ich das. Moment, ich zeige euch das einmal. Ihr könnt meine Gedanken nicht hören. Das hätte ich bedenken sollen. bei meinem Plan hier. So, machen wir da oben. Und führen wir das hier einfach rüber. Komplett. Und hoffen, dass da kein Miner im Weg ist. Gut, dass ich gerade hier bin. Und da führen wir dann alles hin. Denn ich brauche eh wieder Beton. Gib mir Beton. So. Ich glaube, der Kupfer Miner ist da natürlich schön im Weg. Aber vielleicht kriege ich den irgendwie gedreht. Das können wir gleich mal gucken. So, da stört er schon. Obwohl, hier kann ich das schon reinführen. Ha! Ist ja super gut. Dann ist der nämlich gar nicht im Weg. Boah, wie gut ist das? Das ist ja geil. Der shit. Bauen wir da nämlich. Boah, ja. Richtig gut. Einfach eine Tür rein. Ich mache einfach mal drei. Man weiß ja nie, was noch kommt. Zack. Und dann machen wir das mit einem Lift hoch und runter. Bauen wir das irgendwann bei Zeiten noch ein bisschen schick. So, und so. Und dann fühlen wir hier. Wow. Keule. Ist mit dir nicht richtig. So, jetzt brauchen wir da erstmal ein Weg hoch. Hier ist schlecht. Hier ist besser, wenn auch nicht gut. So. Dann können wir zumindest erstmal hier hin. So, der muss hier Sonntag ran. Und... hier Sonntag. Ups. Und mal schauen, ob ich das am Ende gut finde. Ich fange nicht ganz innen an. Ist eigentlich auch egal, wo ich anfange. Zack. Und dann... Ach, jetzt läuft das falsch rum. Na, Mist. Mist, Mist, Mist. Zack. Ich komme da drin irgendwo hin. Das reicht ja schon. Das reicht ja schon. Das reicht ja schon. So. Kann ich hier nämlich auch mal eine Tür reinbauen. Hol den gleich ein bisschen anderen Stuff, der hier so anfällt. Wo kann ich da oben oder so kann ich das machen? Auch richtig gut. Da fallen die ganzen Container da weg. So. Dann habe ich gerade schön getroffen und werde es jetzt garantiert wieder verkacken. Nein. Mensch. Markus lernt dazu. Ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. So. Ich werde mehrere Bänder brauchen. Zumindest für diesen Anfangs Stuff hier. Das heißt, ich hau da gleich noch mal einen daneben. Ach komm. Geh mir doch nicht auf den Trichter, ey. So. So, so, so. Kriege ich hier durch. Ich kriege hier keine Wand mehr ran. Wieso mache ich mir das eigentlich so schwer? Das ist ja dumm, was ich hier mache. Ich kann doch einfach so eine Wand hier nehmen. Kann ich? Überhaupt kann. Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Also ich kann sowieso alles machen, was ich will. aber das funktioniert auch. Das möchte ich immer sagen. So. Und nochmal das Spielchen. Mit hoffentlich ein bisschen Glück. Ui. Und da. Sehr schön. Zack. Führen da schon mal zwei Bänder rein. Und. Ja gut. Das war zu erwarten. Dann müssen wir so. Oh, das wird doch nichts. Ne, dann muss ich mit, hier muss ich mit Wandhalterungen arbeiten. Aber das in der Mitte geht auf jeden Fall. Ne, das werden ja tendenziell nachher mehr Ressourcen von da hinten kommen als von da. Da haben wir jetzt am Anfang eine Menge, aber das lässt ja nachher nach. So. Du kommst von hier. Das heißt, hier brauchen wir auch nochmal ein Tor rein. Da reicht aber eins. Zack. Dann führst du von da nach da. Ja, ja. Das ist am sinnigsten. Du gehst erstmal hier rum. Bauch ich zumindest. Und dann gehst du da hoch. Zack. Super gut. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann ziehen wir das schön hier runter. Das wird. Ach, manchmal alle Ideen. Ist ja unglaublich. Zack. Oh, komm ich da noch vorbei? Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ja. Also nicht wirklich gut, aber ich komme dran vorbei. Ich komme gut genug dran vorbei. So, dann muss ich gleich mal gucken, wo dieser blöde Tunnel jetzt ist. Den ich von hier aus natürlich nicht mehr sehe. Ah, da ist er. Müsste die Höhe sein. also noch ein weiter. Und dann rüber. Ja, das läuft doch. Und da machen wir dann einfach nochmal einen weg. Moment. mit. Ich habe Ideen. Ähm, die hier. Die ist zu tief. Oh, so. Mit den Double Rams. Zack. Kommen wir ran. Leider nicht ganz, ne? Aber es reicht, dass wir durchkommen. Das reißen wir einmal weg. Hm. Wie sitzen die Wände? Ne. Das passt nicht. Aber. Was wir machen können, ist dann einfach den etwas steileren nehmen. Zum Ende hin. Das müsste dann der sein. Und dann passt's. Muss ich hier nur noch einmal Rampen drunter bauen. und dann geht das. Ich bin da nicht ganz glücklich mit, aber manchmal ist das so. Kann ich da keine zwei übereinander bauen? Ein Problem für den Zukunfts, Markus. Bin ich mir ganz sicher. So. Ach komm, das ist doch jetzt nicht wahr. Nicht genug Freiraum. Ehrlich. Die sind im Weg. Dann müssen wir das woanders lösen. Ein so, ein so. Und. Ach komm. Mach keinen Scheiß. Ungültige Form. Willst du mich rollen? Was ist denn daran ungültig? Dass da eine Decke drin steckt, ärgert mich ja jetzt massiv. Das will ich nicht. So. Das heißt, wir müssen doch mit diesen Scheißdingern hier bauen. Aber gut. Für das, was wir hier vorhaben, reicht das allemal. und dann einfach hier rüber. Ich denke, vor allem ist das okay. Okay. So. Hier haben wir eine andere Steigung. Das heißt, nach da, dann nach hier. ist nie los. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Passt. Perfekt. Herrlich. Zack. Zack. Die müssen leider alle wieder wegreißen. Irre ärgerlich, aber gut. First World Problem ist, was ist denn hier passiert? Zack. So. 1, 2, 3. Da kriege ich gerade ein bisschen Tomaten auf Augen, aber okay. So. Das geht da rüber. Dann geht das da schon mal alles rein. Sehr schön. Dann könnten wir hier jetzt ein Dach drüber zimmern. Ich brauche aber erstmal wieder wahrscheinlich ein bisschen was davon. Yep. Und ich brauche dringend wieder Stahl. Aber ganz dringend. Bei den ganzen Fließbändern ist das ja so ratzfatz weg. Meine Fresse. Wie ist mit Platten? Da habe ich noch genug. Ohre. Reicht auch erstmal noch. Sehr schön. Ich finde hier übrigens Türen, die wirklich auf und zu gehen. Irregeil. So eine Automatiktüren. Ich weiß nicht, warum das Spiel das nicht bietet. Ich meine, ich kann jetzt nicht so irrekompliziert sagen. Aber hier so ein Rolltrop. Warum sollten die Hallen immer offen stehen? Das ist ja total sinnfrei. Oh, komm. Schade. Knabbel. Knabbel Nummer. Hier könnte ich hier einen Zugangsbereich bauen. Auch nicht wirklich, ne? Komme ich mit der Treppe ins Gehege. Schade. Fehlt genau so eine halbe Höhe. Mist, Mist. Pull, warte mal. Warte mal, warte mal. Irgendwie geht das bestimmt. Ach, scheiß drauf. Wieder ein Problem für den Zugruft, Markus. Zack. Wir wollen uns erstmal darum kümmern, dass der ganze Kram hier da vorne ankommt. Ne, das Schöne ist an den späteren Produktionen, die fressen ja kaum noch was. Wieso habe ich das eigentlich so gemacht? Hier muss eine Wand rein. Und zwar so eine. Ups. Und da. Und. Oh, das war zu weit. Scheiße, ey. Meine Güte. Ich muss mich an die, das neue Equip hier tatsächlich jetzt mal gewöhnen. Ah. So. Und dann gehen wir von danach, darüber. Herrlich. Kuddelmodel hoch 10. Läuft bei mir. So. Jetzt kommt hier ein Fusionator hin. Der erste in der Reihe. Wieder nicht angezeigt, dass es da passen würde. Aber gut. Ich sag mal einfach nichts. So. Ja, hier lassen wir es ja nicht mehr lang laufen. Du kannst auch wieder weg. Dann kommt hier noch ein Fusionator hin. Der nach Möglichkeit auch passt. Zack. Das ist sehr schön. Na, reicht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Dann kommen wir auch hin. Das läuft da schon mal fleißig hoch. Das ist schön. Wieso habe ich denn hier einen Knick in der Optik? Ach, komm schon. Ätzender Scheiß. So. Könnte das jetzt bitte einmal passen? Zack. Ist aber auch eng hier. Meine Güte. Jo, passt. Sehr schön. Und dann gehen wir noch in die dritte Halle rüber. Ich habe hier immer die Wände vergessen, kann das sein? Dumm, 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 dumm. Obwohl, die müssen gar keine Wände rein. Ist ja nachher eh alles dicht. Zack, zack, zack. Zack. Dann kann das ja ruhig offen stehen. Da kommen ja Türen rein. Beziehungsweise hier diese Fenster. Zack, zack. Zack, zack. Und schon sieht das kein Schwein mehr. So, dann... Von da weiter. Na, auch hier. Ach, jetzt kommen wir hier ins Biotop. Auch schön. So. Und hier brauchen wir auch hier die Tür. Sehr schön. Das macht die ganze Sache so schön einfach. Und ich weiß wieder nicht, wie rum. Aber hier sieht es eh kein Schwein. Deswegen ist es egal. Und Markus, du wolltest nicht singen, denn dann verlierst du jedes Mal Abonnenten. Und ich bin gerade mühsam auf die 100 gekommen. Übrigens habt ihr echt reingehauen. Nachdem ich den Post gemacht habe, wo ich meinte, hey, wer will der 100. sein und so. Bin jetzt tatsächlich schon bei 107 oder so. Ich guck mal. Aktuelle Zahlen. Äh, bei... 107. 108. Gerade nochmal einen hoch. Finde ich total geil. Leute, das Satisfactory ist so cool. Es werden mehr... Äh, 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 äh. Hä? Habe ich euch schon mal die Kommandozentrale gezeigt? Das eine Mal habe ich noch Bock, irgendwas zu machen. Viel. Einfach stumpf, weil Platz war. Und weil ich ja hier dieses Podest habe, wegen dem Baum. Habe ich da einfach meine Kommandozentrale reingebaut. Einfach nur, weil es schön aussieht. Weil es kam. Können wir gleich mal gucken. Können wir was machen? Ja, hier. Ah, fehlen tatsächlich. Zwei Rohre. Ich kotze im Strahlen. Hier bräuchten wir... Highspeed-Anschlüsse. Blütenblätter sind fertig. Was wäre das hier? 25 Statoren. Was kriegt der? Nährstoffmischung. Was auch immer. Und Schwefel müsste ich vielleicht auch mal langsam machen. Schwarzpulver herstellen. Und Munition. Aber das will ich eigentlich noch nicht für diese kleine, pissige Handgun. Weil die ist echt pimmelig. Also die kann gar nichts. Und nicht mal das Ganze richtig. Ne, die feuert halt so langsam. So. So. Jetzt gehen wir einmal hier hin. Komm ich da irgendwie hoch? Muss er da irgendwie hochkommen? Wollt er jetzt nicht schon... Ach, komm. Edcend. Komm ich hier irgendwie hoch? Ja, hier ist eine Leiter dran. Natürlich komm ich hier hoch. Zack. Ich vergiss mal tatsächlich immer wieder gehen, ne? Ha. Natürlich ist das Ding schon weg. So. Und jetzt krieg ich dich hier vielleicht auch mal passig hingesetzt. So. Nach meinem Geschwafel. Eins, zwei. So. Und jetzt passt das gefälligst. Geht doch nicht. Und hier passt das jetzt auch. Nein. Wieso nicht? Ich bin mit dem Band mal wieder verrutscht. Äh. Ich hab also nur einen halb so großen Knick in der Optik. So. Dann geht's. Okay. Dann können wir gleich anfangen hier Sachen drüber zu schiffen. Na komm. Passt das? Das passt. Sehr schön. Kommt der Stahlbeton jetzt gleich. Von hier kommt. Ehrlich jetzt. Ich komm noch nicht mal rüber. Dann rutsche ich halt drunter durch. Was haben wir hier schön jetzt? Als Endprodukt. Die KI-Verstärker. Steht natürlich einversetzt, ne? Das ist natürlich schön scheiße. Aber was machen wir mit Wandhalterung? Einfach nur, weil ich's gut finde. Zack. Wer sagt, dass das so sein muss, wie ich mir das gedacht habe initial. Ich glaub, das ist zu hoch. Mal so. Zack. Dann ist der nämlich zu niedrig. Ich guck mal einmal, wie's aussieht, wenn ich den noch einen hoch setze. Zack. Dann läuft er wahrscheinlich auf. Nein. Dann läuft er sauber. Das ist aber schön. Zack. Hat er gemessen. So. Du bist zu flach. Zack. Ja gut. Höher geht halt nicht, ne? Zack. So. Dann gibt's auch KI-Begrenze. Hier steht das Band natürlich jetzt schon voll, weil noch nicht ein Lager angeschlossen ist. So. So. Was ist hier? Achso. Dann kommen die einfach nur von der anderen Seite. Das mach ich denn bei Zeiten alles nochmal zu. Alter. Kuddelmuddel. So viel Fabrik-Scheiße. Meine Güte. So. Und dann kommt er doch schon mal eine ganze Menge an. Komm ich da irgendwie hoch? Auch hier komm ich da hoch. Zack. Auch wenn ich es mir anders gedacht hätte. Aber okay. Da steht echt alles voll. Leck mich fett, ey. Leck mich. Ich müsste eigentlich erst mal die ganzen anderen Sachen irgendwo hinbringen. Hm. Na den. Ab, runter. Ich muss langsam durch. Ich muss jetzt mal was essen. Gönn dir. Hier hab ich tatsächlich noch gar nicht so weit, äh, so viel weiter gebaut. Weil sich ja der ganze Plan geendet hatte. Das schau ich. Das sieht ja noch ein bisschen anders aus. So. Jetzt brauche ich erst mal eine ganze Menge Container. Da kann ich gar nicht mal so viele von bauen. Das ist ja noch viel beschissener als ich dachte. Aber gut. So. Hier vorne werde ich so einen Hub hinbauen. So. Und dann brauche ich den Ausgang tatsächlich vorne. Nehmen wir noch mal eine ganze Menge Ressourcen. Das heißt, ich brauche jetzt mal viele nebeneinander. Ja, das war es dann auch schon mit vielen nebeneinander. Ich muss noch mal ein bisschen was aufstocken. Auf jeden Fall werde ich das dann so machen. So, komm. Dass es so ist. Und dann. Na komm. Ich will nur ein. Teil. Zack. Und dann liegt er in der Eisenplatte. Und ich weiß, was da rauskommt. Ne. Brauche ich nur rangehen. Zack. Und weiß sofort, was ich kriege. Und laufe nicht fünfmal an den gleichen Container lang. Ne. Das hatte ich bei. Wie ist er noch? Oh, ich habe es. Namen merken kann ich echt nicht. Ich habe ein. Guido. Hieß er Guido? Ich glaube Guido hieß er. Ich schlage das nach. Ich will nicht irgendwelche Namen nennen. Und das. Das hatte ich auf jeden Fall bei ihm in der. Der hat mir seine Map mal geschickt. Und gemeint. Hier, guck mal rein. Vielleicht kriegst du eine Idee. Und. Ja, dann habe ich da mal reingeguckt. Dann meinte ich zu ihm. Ja. Mensch. Genau so wollte ich das tatsächlich auch machen. Und. Hatte dann ein bisschen Angst, dass er sagt. Du glaubst meine Idee. Aber ich glaube das wirft er mir am Ende dann doch nicht vor. So. Wo ist der blöde Messenger? Da ist er. Guido. Guido ist richtig. Grüße Guido. Ne. Der hat sein Lager nämlich auch so gebaut. Und ich finde die Idee super gut. So. Eisenrohre. Dann haben wir hier als nächstes. Äh. Beton. So. Hier gibt mir einen. Fertig. Und so weiter und so fort. Und so geht dann einfach hier. Der Techbaum durch. Äh. Erstmal brauche ich jetzt aber wieder ein bisschen was um mehr zu bauen. Wie ist das eigentlich die Zeit? 45 Minuten. Mal mal ein bisschen was geschafft. Ist doch cool. Also noch nicht das was ich schaffen wollte. Also ich werde es noch nicht ganz fertig kriegen. Aber ich habe zumindest erstmal eine Idee davon was ich machen will. Äh. Sortier mal immer. So. Haben wir eigentlich genug von. Wir brauchen nur Stahl. Und dass wenn der erstmal nach vorne kommt und da unten in dieser scheiß Lagerhalle ist. Und ich nicht jedes mal nach hier hinten rumpimmeln muss. Bin ich glücklich für drei. So. Zwei. Davon. Dann. Davon werde ich ein paar mehr brauchen. Ähm. Geht aber was. Ja. Kommt. Dann schmeißen wir den Stahlbeton erstmal hier hin. Auf jeden Fall schon mal 300. Und dann können wir bauen. Wie viele? Zehn. 10 ist gar nicht mal so viel. 15. 15 ist ja gar nichts. Das schmeiße ich doch jetzt erstmal. Was schmeiße ich denn da so lange weg? Kabel können ja noch ein bisschen rumliegen. Ich sammle das nachher. Nach der Folge einfach wieder ein. So. Leg die erstmal rum. Den können wir noch ein bisschen was davon. Und dann noch einen davon. Und dann wird da doch ein Schuh draus. Ja. 500 und 500. Das ist schon eine Menge. Brauchen die gleich viel? Ja. Gut. Dann gibt es erstmal mehr Container. Und den das werden ja... Ich werde die dreifach übereinander stapeln. Damit ich da auch ordentlich Kapazitäten habe. Und der Scheiß immer schön weiterläuft. Ne. Nicht wieder wehtun. Zack. Und da wollte ich auch noch mit euch hin. Da ist eine kleine Hülle. So. Dann geht der so. Und der wieder so. Und der so. Jetzt muss ich gerade jetzt mal gucken. Ne. So will ich das nicht. Hier vorne ist der Ausgang. Obwohl dann könnte ich das so machen. Dass er hinten auch nochmal wieder abführt. Was ich das für irgendwas anderes brauche. Ne. Ich baue das erstmal so. Zack. Zack. Oh Gott. Hält nicht lange vor. Was ich hier mitgenommen habe. Aber es sieht schon impressive auf so einem Lager. Front. Ich werde wahrscheinlich den ganz oben irgendwann nochmal umdrehen. Obwohl nö. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Obwohl jetzt habe ich hier. Hä. Doch. Ich muss den sowieso umdrehen. Wenn ich das sonst gar nicht alles reinkriege. Noch einmal sehen. So. Ich brauche hinten eigentlich einen Eingang. Zack. Genau. Da läuft das dann nämlich rein. Ja. So will ich das. Gut. Ihr könnt schon wieder meine Gedanken nicht verstehen. Ähm. Ich baue das ja gleich folgendermaßen. Das kommt ja alles von da hinten. Dann da oben lang laufen. Und dann kommen hier einfach. Böbidim. Das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Das ist aber glaube ich richtig. Einmal so. Und einmal so. ist das so richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nochmal gucken. Ähm. Ne. Genau andersrum. Ich will ja unten immer einen vollen Container haben. nicht oben. Nicht oben. Dann brauche ich mal. Dann brauche ich die auch endlich mal. so. 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 Dass der Sauber hier dran sitzt. Hier ein. Ich kriege Augenkrebs wenn ich heute fertig bin. so. Und. So. Und. Linke Ausgang. Gibt doch mal bitte jetzt hier. Was hat mit euch angefangen? Eisenstangen. Da sind sie. Da. Zack. Und dann kommt der ganze Scheiß hier nachher an. Und dann kommt da die Eisenstange rein. Ist doch irgendwie eine ganz gute Idee oder? Ich glaube das könnte funktionieren. Dann geht es halt weiter. Beim nächsten kommen Eisenplatten. Linke Ausgang. Eisenplatten. Mittlerer Ausgang. Alles Unbestimmte. Alles was nicht Eisenplatte ist. Ah. Und da ist auch das mit dem Überschuss. Hab ich grad gesehen. Cool. Cool. Ne. Dann könnte ich theoretisch von allen nochmal einen weggehen. Und das wegschreddern. Den muss ich aber näher ran. Ich muss alle nochmal abreißen. Ah. Schön. Wir müssen tatsächlich näher ran. Denn. Intelligente Splitter. Oh. So. Ne. Ich mach's jetzt. Demonstrier's mal einmal nur. So. Dann gehen wir von hier nach da. Von hier nach da. Ne. Das ist das was der Thorsten mir in den Kommentaren geschrieben hatte. Mit dem Über... Überlauf. Das ist meine Maus leer. Natürlich. Oder ist eine Stunde rum? Ne. Eine Stunde ist nicht. Doch. Stunde. Warum? Speichern erfolgreich. Ich war so drin. Ich hab's nicht mal gemerkt. Ähm. So. Dann sag ich ihm hier jetzt nämlich. Mittlerer Ausgang. Alles unbestimmte. Linker Ausgang. Bitte die Eisenstangen. Und rechter Ausgang. Der Überschuss. Ne. Also alles wegschütteln. Was nicht da hingehört. Ja. Also wenn das hier alles voll ist. Dann sagt er. Nö. Geht hier weg. Und dann kommen hier nämlich. Ganz viele normale Fusionatoren. Und führen das Ganze in den Schredder ab. Ist das nicht schön? So. Ja. So. Zack. Und die laufen dann wieder parallel lang. Und so wird am Ende hoffentlich nix verschenkt. Hoffentlich. So. Und da werde ich eine ganze Weile für brauchen. Und da ich euch das nicht eintun will. Wie ich hier stundenlang diesen Scheiß hinsetze. Werde ich das. Glaub ich gleich im schnellen Vorlauf einfach mal machen. Oh. Der hat sich. Hat er mich weggedreht. Ja. Und dann nehme ich euch das nämlich nachher noch einmal. So könnt ihr das trotzdem sehen. Ne. Werden am Ende der Folge noch Bock. Sich das anzugucken. Und dann löppt das. Wie gut ist das? So. Da lang. Und da lang. Und da lang. Und. Na klar. Da lang. Ein Haufen Scheiß. Und das muss alles mit Fließbänder noch unterfüllen werden. Mining fressen. Ich werde hier ewig dran sitzen. Das dauert ewig und drei Tage. Ich hätte es auch einfach Übermangel machen können. Und damit. Ach ne. Das passt deswegen nicht. Okay. Ne. Und meine Güte. Jetzt sagt nicht. Das passt nicht. Das passt tatsächlich nicht. Ne. Ich habe mich einfach nur verbaut. So. Hauen wir mal. Zack. Das passt. Sehr schön. Und theoretisch. Wenn ich jetzt. Moment. Ich habe schon wieder einen Denkfehler drin. Määäää. Ich muss doch da oben ran. Aber egal. Ne. Das Prinzip ist das gleiche. Ich werde das dann alles da unter die Decke halt schaufeln. Ist auch egal. Äääh. Und dann. Wird das da alles schön brav einsortiert. Wie gesagt. Ich mache das im schnellen Vorlauf. Wer das sehen will. Ne. Ich packe das am besten vor die letzte Folge. Äh. Vor die nächste Folge dann. Dann könnt ihr euch das angucken. Währenddessen reiße ich hier einen Haufen Scheiß ab. Denn ich habe auch keine Lust ehrlicherweise mir hier den Mund vorsichtig zu reden. Obwohl im Bild gerade nichts passiert. Außer immer wieder das gleiche und das gleiche und das gleiche. Ne. Und dann haben wir hier halt unser schönes Lagersystem. Äääh. Was ich jetzt aber noch machen wollte. Hier. Da wollte ich endlich mal durchlaufen. Sicher ist sicher. Oh. Mycelium. Oh Mensch. Ganz viel. Was passiert denn wenn ich so viel. Habe ich sie gleich alle. Herrlich. Zack. So. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Noch mehr Mycelium. Her damit. Ah. Spinne. Spinne, 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 Spinne. Hau ab. Tote Spinne. Hast du jetzt davon. Oh. Hier ist eine ganze Menge. Was mache ich damit? Sag mir das, ihr schlaue Community. Oh. Das Kalkstein gab es auch da noch mit. Entschuldigung. Nee, die Ecke hier wollte ich jetzt schon seit etlichen Folgen machen. Und schon etliche haben mich drauf hingewiesen. Ey, da ist noch eine Rügel. Und ja, sie ist da. Was ist das? Was bist du denn? Bist du auch ein Ziel? Nee, das ist wahrscheinlich ein Baum, ne? Ich will hier keinen Baum wegmachen. Ach nee, ist doch kein Baum. Was bist du? Holz. Ist doch ein Baum. Na gut. Dum dum. Dum dum dum. Weg den ganzen Scheiß. Zipp. Boah, die alle Einzelnen einsammeln dort auch ewig, oder? Aber ich will eigentlich eher wissen, ich weiß schon mal, dass es hier mit Zillium ist. Das ist ja eine feine Sache. Ich will eher wissen, was hier draußen ist. Okay, nochmal so ein Ding zum Einsammeln. Und hier soll es angeblich irgendwie durchgehen. Wupp. 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 Und dann bin ich tatsächlich hier bei der Brücke. Das ist ja eine nette kleine Abkürzung, ne? Die sollen jetzt auch respawnen, hatte ich irgendwie gelesen. Die dusseligen Früchte. Was ja auch Sinn macht, wenn die Viecher respawnen. Das dann auch. Mensch, hier steht's. Das ist ja ein Ding. Aber meine Rechnung wurde auch nicht ganz richtig. Das sind auch die Früchte respawnen. Weil irgendwo muss man die Hörfier herkriegen, ne? Irgendwo muss es ja herkommen. So, und jetzt brauchen wir noch irgendeinen schönen Blick als Abschluss. Das war dumm. Komm mal hier durch. Zack. Und eigentlich müssen wir das Lager nehmen. Weil das war jetzt hier Hauptaugenmerk der Folge. Tü, 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 tü. Man kann von hier sogar reingucken. Wie gut. Wie gut. Wie gut ist das? Meine Güte. Ist das alles gut? Cool wäre halt noch, wenn man diese intelligenten Splitter mehrfach teilen könnte. Aber ich glaube, das wird dann die nächst bessere Stufe von denen, ne? Wo man dann für jeden Ausgang spezifisch sagen kann, das, 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 das und das. So, da lang und das, 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 da lang. Weil hier kann man ja immer nur einen festlegen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber meine Güte. Das ist halt so. Und meine Fresse, wird das ein Gefrickel. Oh, will ich das überhaupt aufnehmen? Ich glaube, ich zeige euch einfach das Ergebnis. Selbst das Aufnehmen dürfte mich schon nerven. Weil ich dann denke, was denken die nur von mir? Nein, ich baue das einfach mal fertig. Und dann zeige ich euch das nächste Folge. Wenn ihr den Bau davon sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Nee. Nee, ich will das nicht filmen. Ich will das einfach nicht. Ich sage einfach nein. Seht euch das Ergebnis an. Weil das ist einfach so viel Gefrickel. Gesundheit! Das muss nicht sein. Wie die muss sein. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich hatte die nächste fixe Idee, nachdem die letzte Folge schon so hieß. Mit meinem komischen Runway da oben. Der ist eine interessante Idee. Der braucht auf jeden Fall noch einen Ständerberg. Damit das so funktioniert. Und dann kann tatsächlich endlich alles bestückt werden. Ich freue mich wie Bolle. Hier kommt dann auch ein HyperTube-Ding rein. Lass ich mich hier einfach absetzen. Hier mache ich dann meinen Bahnhof hin. Dann habe ich hier alles, was ich will. Ein bisschen zentral. Wieso? Gibt dann eine ganze Menge Ressourcen. Aber ich brauche eigentlich nur die Produkte. Egal. Wie nur was sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank für die 100 Abos. Ihr seid super. Lass wie immer ein Like da. Abole müsst ihr nicht mehr da lassen. Die meisten von euch nicht. Hoffe ich. Und ja. Ansonsten kommentiert hier. Unten rein. Immer heftig. Können wir uns ein bisschen austauschen. Was haltet ihr vom Lagersystem? Ist das angenommen? Kritik? Lob? Irgendwas anderes? Wahrscheinlich haben drei Viertel von euch das genauso gemacht. Aber ist ja egal. Ich habe mal gedacht, meine Idee war mal schlau. Irgendwann. Vor langer, langer Weile. Wie nur was sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Herr Wittertsohn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.